Spezialeinheit Hier Kraft, Sie sind meinem Ruf gefolgt. Diese Artefakte haben Sie mit Dunkelätherwesen verbunden. Arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um von Lists Barrieren zu beseitigen. Sie hassen seinen Partner Kortefex so sehr, wie wir Nazi... Ich bin Krieg. Jenseits dieser Portale sind Belohnungen, die Sie brauchen. Holen Sie sie sofort! Greifen Sie an! Invictor wird Sie leiten! Hier spricht Kraft! Wir gehen in die Offensive. Töten Sie alles, was sich bewegt! Ich kann dir nur wenig Zeit geben. Nutze sie, um den Feind zu verblüsten. Erhebt euch, Wiedergänger! Das Mal ist angewiesen. Du bist noch am Leben. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Erhebt euch, Muratten! Lassen Sie meinen Hass schmecken! Wir sind frei! Danke. Sie haben sich Oberführer Wolfram von List zum Erzfeind gemacht. Viel Glück dabei. Du lebst. Das ist schon mal etwas. Von List wird dies nicht vergeben. Aber von mir aus soll er zur Hölle fahren. Diese Barriere ist zerstört. Hervorragend. Weiter so. Ihr prüft meine Geduld, Sterbliche. Jetzt zahlt ihr den Preis. So ein bisschen Blei fliegt weit. Oh großer Gott. Ich will bitte nie mehr davon reden. Das Knacken hab ich bis hierhin gehört. Für alle, die flinke Beine haben, nicht uninteressant. Dieses Ding fühlt sich an als... Mit dieser Kiste kannst du dich besser bewaffnen. Jetzt kriegen die Wiedergänger den Arsch voll. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Die Kugel spürt eine Schwachstelle zwischen den Dimensionen auf. Beschützen Sie sich gegenseitig. Sie trägt eine Nachricht an Verbündete im Grunde. Sorgt dafür, dass sie... Ich grüße Sie. 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 Einmal Spitzen schneiden, Sir. Selbst wenn ihr Erfolg habt, wird keine Hilfe kommen. Ich herrsche über den Dunkelhätern. Diese Dinger dürften nicht überleben. Das kriegt meine Höchstwertung. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. man soll ja nicht über das unglück anderer lachen aber der feind meines feindes ich hoffe das sprichwort greift hier sie eine weitere ein jetzt wäre eine gute zeit um sich die neuen pakte des altars anzusehen die rübe habe ich sauber weggehauen eins muss ich nicht in wiedergängen lassen professionell ausgestattet Eine elegante Waffe für einen unzivilisierten Krieg. Sie wollen also sterben. Meine Legionen freuen sich. Leere Drogen. Töte seine Marionetten, dann haben wir sie hinter uns. Ich werde den Anblick ihres Todes genießen. Es wird dem entarteten Professor das Herz brechen. Von Widergänger zum Warmalgänger mit einer Fingerprimmung. Warte mit dich. Da kommen neue Töten. Der Schrei der Brummkreischer. Er darf ihnen nicht zu nahe kommen. Das ist die Leitung. Ach, die Birne weg, der Puster! Jetzt wisst es, was püsselt! Das wird uns morgen spülen! Dass sie nicht drankommen lassen! Und jetzt machen wir sie fertig! Verdammt! Cortifex muss ruhen, vorerst! Aber ich werde meine Rache haben! Du musst noch viel lernen! Doch du hast Cortifex-Wunden zugeführt! Hervorragende Arbeit, Verbündete! Wir sind der Freiheit einen Schritt näher! Professor, verabschieden Sie sich von Ihren Spielzeugsoldaten! Je mehr Bewegungsfreiheit Sie haben, desto stärker werden Sie auch sein! Die Kabel haben geholfen lassen! Wir sind deren Feindes für Sie! Verabschieden Sie mit der Kraft von 1000 Meter! Außerwege! Der Pilur hat nun gegnert! Haha! Professor, verabschieden Sie sich von Ihren Spielzeugsoldaten! Mitten aufs Dach getroffen! Wenn du auf den König schießt, solltest du besser treffen! Das sind nicht die Queensberry-Regeln! Noch ein seltsames Artefakt aus dem Dunkeläther. Es verwandelt Kugel in Blitze. Muss ich bei jedem, den wir töten, die Taschen durchsuchen? Kraft an die Spezialeinheiten! Wir haben die Chance, in die Offensive zu gehen! Was ist das? 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 Von List gibt den Ton an! Aber sein Dämon verleiht der Armee Kraft! Töten Sie sie, dann wird seine Macht schwinden! Kümmere dich nicht um Korthyfett! Liste! Heimkanzler! Ich werde dem Anblick wissen, dass du das gut bist! Es wird dem entarteten Professor das Herz brechen! Kugel! Komm schon, lass uns andere noch was inbringen! Schädelöffnung geglösten! Ha 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 ha! Kämpfe weiter! Jede Kreatur, die du tötest, weich den Feind! Jede Kreatur, die Nizidaks hier! Jede Kreatur, die du tötest, weich den Feind! So ein bisschen live, nicht live! Ah, das ist meine Entzündung! Ihr meint, ihr hättet mich bluten lassen? Ich werde euer Blut trinken! Einmal Spitzen schneiden, Sir! Warte! Diese Dinger schlagen ganz schön zu! Ob sie glauben, etwas geboren zu haben? Nur meinen Hass! Deine Leistung war... in Ordnung! Mach als nächstes Mal noch besser! Hervorragende Arbeit, Verbündete! Wir sind der Freiheit einen Schritt näher! Es ist bloß, Schlaf zu arbeiten! Nach dem Tod werden alle seine Anhänger auf mein Kommando hören! Sie sind kaum im Schützen geraten! Aber wenn sie sich zurückziehen müssen, gibt es einen Weg! Schlaf zu arbeiten! Ach! Scheiße! Schlaf abgeschlossen! Es ist dumm, für Kraft zu arbeiten. Nach dem Tod werden alle seine Anhänger auf mein Kommando hören. Kopfschüsse! Altbewett! Los! 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 Vom Widergänger zum Warmalgänger mit einer Fingerkrümmung. Sieh an, sieh an. Wir brauchen Hilfe aus dem Dunkeläther. Da wir deine Armeen nicht erreichen können, müssen wir andere Hilfe finden. Beleka, die Hexerin. Immer ein Dorn in meinem Auge. Vergiss, Cortifex. Halte dich an die Hügel. Töte alles, was du überlegst. Das wird dir leid. Das war nicht geplant. Stellt mich auf die Füße. Mein Leben zog schon an mir vorbei. Die Rübe haben wir sauber weg da raus. Das war einsame Spitz. Hab die Filme weggepustet. Aber das war nicht so. Oder du verblendet. Der Abläufer ist wichtig. Der Abläufer ist wichtig. Man kann auf die Manowher durchgeessen. Aber das nicht so schubst, hat sie nicht schon an. Die Kugeln ultra tests. Aber das ist eine gute Idee. Da geht es nicht. Natürlich gibt es nichts. Jetzt leider ist es nicht. Du hast mich geplant. Du bist eine Indulierung. Die Wesen, die ihr beschwört, werden euch verdient. Mitteln aufs Dach getroffen. Das war wirklich gut. Jetzt ist es was Pösser. Sehen Sie den Sturmfläger? Groß, hart. Und Sie schießen zurück. Haltet ihr es für einen Triumph, Dämonen um Hilfe zu bitten? Das werdet ihr bereuen. Wenn wir es oft genug tun, wird Hilfe kommen. Hoffen wir, dass niemand antwortet, der schlimmer ist als Cordyfex. Strecken Sie alle Wiedergänge nieder. Es ist bloß für Kraft zu arbeiten. Nach dem Tod werden alle seine Anhänger auf mein Kommando rühren. Professor, verabschieden Sie sich von Ihrem Zollsoldaten. Alles für Unruhe. Sterbliche Schwächlinge, spürt meine Zahn. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Heute sind wir alle Franzosen. Es ist dumm, für Kraft zu arbeiten. Nach dem Tod werden alle seine Anhänger auf mein Kommando rühren. Nicht so. Sanitäter! Das werde ich morgens spüren. Da hast du den Tod in die Kabine. Na also, viel besser. Sterbliche Schwächlinge, spürt meine Zahn. Sterbliche Schwächlinge ileiente Kör Boyen. Sterbliche Schwächlinge, spürt meine Zahn. Lebens Das bin ich verm viable, meine Zahn. Na also, noch für den Zahn. Verbe Rag theaterskader haben. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020